Jean-Claude Iso, Solea, aus dem Französischen von Katharina Grähen und Ronald Vouillet, gelesen von Timo Weissschnur. Für Thomas, wenn er einmal groß ist. Aber etwas sagte mir, dass es normal war, dass wir in bestimmten Momenten unseres Lebens Leichen küssen müssen. Patricia Melo Prolog Fern den Augen, nah dem Herzen. Marseille. Immer. Ihr Leben war dort, in Marseille. Dort drüben hinter den Bergen, die heute Abend im glühenden Rot der untergehenden Sonne leuchteten. Morgen wird Wind aufkommen, dachte Babette. Seit sie vor vierzehn Tagen nach Le Castellar in ein kleines Nest in den Cévennen gekommen war, stieg sie jeden Abend zum Bergkamm hinauf, auf Brunos Ziegenpfad. Hier bleibt alles gleich, hatte sie am Morgen ihre Ankunft gedacht. Alles stirbt und erwacht zu neuem Leben. Auch wenn mehr Dörfer absterben als wieder aufleben. Früher oder später erfindet ein Mensch die alten Gepflogenheiten wieder. Und alles beginnt von neuem. Überwucherte Pfade bekommen erneut ihre Daseinsberechtigung. Die Berge bewahren unsere Erinnerung, meinte Bruneau und reichte ihr einen Becher schwarzen Kaffee. Babette hatte Bruneau 1988 kennengelernt, während ihrer ersten großen Reportage für die Zeitung. 20 Jahre nach dem Mai 68. Was ist aus den Aufständischen geworden? Bruneau war als junger Philosoph und Anarchist im Quartier Latin in Paris auf die Barrikaden gegangen. Laufgenosse, die alte Ordnung ist hinter dir her. Das war seine einzige Parole gewesen. Er war gelaufen, hatte Pflastersteine und Molotow-Cocktails auf die Bereitschaftspolizei geworfen. Er war gerannt, mit Tränengas in den Augen und den Ordnungshütern im Nacken. Den ganzen Mai und Juni war er kreuz und quer gelaufen, nur um der Biederkeit, den Hirngespinsten, der Moral der alten Ordnung zu entkommen, ihrer Verbohrtheit und Verkommenheit. Als die Gewerkschaften die Übereinkünfte von Grenell unterschrieben, die Arbeiter in die Fabrik und die Studenten in die Uni zurückkehrten, wußte Bruneau, dass er nicht schnell genug gelaufen war. Er nicht und seine ganze Generation nicht. Die alte Ordnung hatte sie eingeholt. Im Mittelpunkt der Träume und der Moral stand wieder die Knete, das einzige Lebensglück. Die alte Ordnung schuf sich eine neue Ära, das menschliche Elend. So hatte Bruneau-Babette die Ereignisse geschildert. Er redet wie Rimbaud, hatte sie gedacht, gerührt und auch hingerissen von diesem gutaussehenden Mann um die 40. Wie viele andere war er damals aus Paris geflohen, Richtung Ariège, Ardèche und Cévennes, in verlassene Dörfer. Le pays, das Land, wie sie gern auf Provenzalisch sagten. Aus den Scherben ihrer Illusionen entstand eine neue Welt, naturverbunden und brüderlich, gemeinschaftlich. Sie erfanden für sich ein neues Land, la France Sauvage, das wilde Frankreich. Viele gingen nach ein oder zwei Jahren wieder zurück. Die Ausdauernden hielten fünf oder sechs Jahre durch. Bruneau hing an diesem Nest, das er wieder aufgebaut hatte, allein, mit seiner Ziegenherde. An jenem Abend hatte Babette nach dem Interview mit Bruneau geschlafen. Bleib, hatte er sie gebeten, aber sie war nicht geblieben, das war nicht ihr Leben. Im Laufe der Jahre hatte sie ihn immer wieder besucht, jedes Mal, wenn sie in die Nähe kam. Bruneau hatte mittlerweile eine Lebensgefährtin und zwei Kinder, Strom, Fernsehen, einen Computer und stellte Ziegenkäse und Honig her. »Wenn du mal Probleme hast,« hatte er zu Babette gesagt, »komm her, mach dir keine Sorgen, bis da unten ins Tal leben nur Leute von uns.« Heute Abend vermisste Babette Marseille besonders, aber sie wusste nicht, wann sie dorthin zurückkehren konnte, und selbst dann. Wenn sie eines Tages zurückkehrte, würde nichts, aber auch gar nichts mehr so sein wie früher. Was Babette quälte, waren keine Probleme, es war weit schlimmer. Der blanke Horror hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt. Wenn sie die Augen schloß, sah sie Giannis Leichnam wieder vor sich, und dahinter die toten Körper von Francesco und Beppe, die sie zwar nicht gesehen hatte, sich aber vorstellen konnte. Gefolterte, verstümmelte Leichen, in einer Lache aus schwarzem, geronnenem Blut. Und noch mehr Leichen, hinter ihr, vor ihr, überall, zwangsläufig. Als sie Rom Hals über Kopf und mit Angst im Nacken verlassen hatte, wusste sie nicht, wohin, wo sie sicher wäre. Um in aller Ruhe über all das nachzudenken, um ihre Papiere in Ordnung zu bringen, auszumisten, Informationen einzuordnen, aufeinander abzustimmen, zu sortieren, zu überprüfen. Die Reportage ihres Lebens abzuschließen, über die Mafia in Frankreich und im Süden. Noch nie war jemand so weit gegangen, zu weit, wie sie jetzt erkannte. Da hatte sie sich an Bruneaus Worte erinnert. Ich stecke in Schwierigkeiten. Bis zum Hals. Sie rief ihn aus einer Telefonzelle in La Spezia an. Es war fast ein Uhr morgens. Bruneau schlief bereits. Er stand früh auf, wegen der Tiere. Babette zitterte. Wie vom Wahnsinn getrieben, war sie in einem Rutsch von Orvieto nach Manarola gefahren. Vor zwei Stunden war sie in dem kleinen, auf einem Felsvorsprung gelegenen Dorf in Cinque Terre angekommen. Beppe, ein alter Freund von Gianni, lebte hier. Sie hatte ihn vorsichtshalber erst mal angerufen, wie er ihr geraten hatte. Das ist sicherer, hatte er noch am selben Morgen hinzugefügt. Pronto? Babette hatte aufgelegt. Das war nicht Beppes Stimme. Dann hatte sie die beiden Wagen der Carabiniere auf der Hauptstraße stehen sehen. Sie zweifelte nicht eine Sekunde. Die Killer waren ihr zuvor gekommen. Sie war die ganze Strecke zurückgefahren, eine schmale, kurvenreiche Gebirgsstraße. Erschöpft klammerte sie sich ans Lenkrad, achtete jedoch aufmerksam auf die wenigen entgegenkommenden oder überholenden Wagen. »Komm«, hatte Bruneau gesagt. Sie hatte ein armseliges Zimmer im Albergo Firenze e Continentale nicht weit vom Bahnhof gefunden. In der Nacht hatte sie kein Auge zugetan. Die Züge, die greifbare Nähe des Todes, alles kam ihr in Erinnerung, bis ins kleinste Detail. Ein Taxi hatte sie an der Piazza Campo dei Fiori abgesetzt. Gianni war aus Palermo zurückgekehrt. Er erwartete sie bei sich zu Hause. »Zehn Tage sind eine lange Zeit«, hatte er am Telefon gesagt. Auch für sie war es eine lange Zeit gewesen. Sie wusste nicht, ob sie Gianni liebte, aber ihr ganzer Körper sehnte sich nach ihm. »Gianni! Gianni!« Die Tür stand offen, aber sie hatte sich keine Gedanken darüber gemacht. »Gianni!« Er war da, an einen Stuhl gefesselt. Nackt. Tot. Sie schloss die Augen, aber zu spät. Sie wusste, dass sie von nun an mit diesem Bild leben musste. Als sie die Augen wieder aufschlug, sah sie die Brandwunden an seinem Oberkörper, auf dem Bauch und an den Schenkeln. Nein, sie wollte nicht mehr sehen. Sie wandte den Blick ab von Giannis verstümmeltem Glied. Sie schrie. Sie sah sich schreiend, stocksteif mit hängenden Armen und weit aufgerissenem Mund. Ihr Schrei erstickte im Gestank von Blut, Scheiße und Pisse, der den Raum erfüllte. Die Luft blieb ihr weg, und sie musste kotzen, zu Giannis Füßen, dort, wo mit Kreide auf das Parkett geschrieben stand, »Geschenk für Mademoiselle Bellini! Bis später!« Francesco, Giannis älterer Bruder, war am Morgen ihrer Abreise aus Orvieto ermordet worden, Beppe vor ihrer Ankunft. Die Treibjagd hatte begonnen. Bruno hatte sie an der Bushaltestelle in Saint-Jean-du-Gare abgeholt. Sie hatte nach jeder Etappe das Verkehrsmittel gewechselt, im Zug von La Spezia nach Ventimiglia, mit dem Leihwagen über den kleinsten Grenzposten bis Montand, per Bahn bis Nîmes und schließlich mit dem Bus. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn sie glaubte nicht, dass sie ihr folgten. Sie würden bei ihr Zuhause in Marseille auf sie warten, das war logisch. Und die Logik der Mafia war unerbittlich. In den zwei Jahren ihrer Recherche hatte sie das immer wieder feststellen können. Kurz vor Le Castellar, dort, wo die Straße am oberen Rand des Tals verlief, hatte Bruneau seinen alten Jeep angehalten. »Komm, gehen wir ein Stück.« Sie waren zum Gipfel hinaufgestiegen. Le Castellar war kaum zu erkennen, drei Kilometer weiter am Ende eines Feldwegs. Weiter ging es nicht. »Hier bist du sicher. Wenn jemand hochkommt, ruft Michel, der Förster, mich an. Und wenn es jemand über einen der Bergkamme versuchen sollte, sagt Daniel uns Bescheid. Wir haben unsere Gewohnheiten nicht geändert. Ich rufe viermal täglich an, er ruft viermal an. Wenn einer von uns sich nicht zur verabredeten Zeit meldet, ist was passiert. Als Daniel mit seinem Traktor umgekippt war, haben wir es auf die Weise erfahren.« Babette hatte ihn sprachlos angesehen. Sie brachte nicht einmal ein Danke heraus. »Und?« »Du brauchst mir nichts zu erklären.« Bruneau hatte sie in die Arme genommen, und sie hatte losgeheult. Babette fröstelte. Die Sonne war untergegangen, und die Berge vor ihr stachen lila vom Himmel ab. Sie drückte ihre Kippe sorgfältig mit der Fußspitze aus, stand auf und stieg wieder nach Le Castellar hinunter, beruhigt durch das täglich wiederkehrende Wunder des Sonnenuntergangs. In ihrem Zimmer las sie noch einmal den langen Brief an Fabio durch. Sie berichtete alles seit ihrer Ankunft in Rom vor zwei Jahren, bis zum grausamen Ende. Ihre Verzweiflung, aber auch ihre Entschlossenheit. Sie würde nicht aufgeben. Sie würde ihre Nachforschungen veröffentlichen, in einer Zeitung oder in einem Buch. »Das muss alles bekannt werden«, bekräftigte sie. Sie hatte noch die Schönheit des Sonnenuntergangs vor Augen und wollte den Brief in diesem Sinne beenden. Fabio einfach nur sagen, dass die Sonne über dem Meer immer noch schöner ist. Nein, nicht schöner, aber wahrer. Nein, auch nicht, dass sie gern mit ihm in seinem Boot draußen auf dem Meer vor der Insel Riu gesessen und zugesehen hätte, wie die Sonne im Meer versank. Sie zerriss den Brief. Auf ein leeres Blatt schrieb sie »Ich liebe dich immer noch« und darunter »Heb mir das gut auf«. Sie steckte fünftes Ketten in einen wattierten Umschlag, klebte ihn zu und ging zum Abendessen mit Bruno und seiner Familie. Erstes Kapitel In dem das Herz manchmal deutlicher spricht als die Zunge. Das Leben stank nach Tod. Das ging mir gestern Abend durch den Kopf, als sich Hassans Bade-Marechee betrat. Es war nicht nur so ein Gedanke, wie sie einem manchmal in den Sinn kommen. Nein, ich roch den Tod wirklich um mich herum, seinen Feulnis-Geruch. Widerlich. Ich hatte an meinem Arm gerochen. Es war abstoßend, derselbe Geruch. Auch ich stank nach Tod. Ich hatte mir gesagt »Fabio, reg dich nicht auf. Du gehst jetzt nach Hause, nimmst schön eine Dusche und holst ganz ruhig dein Boot heraus. Etwas Frischluft vom Meer und alles renkt sich wieder ein. Du wirst schon sehen.« Es war wirklich heiß, mindestens dreißig Grad bei einer drückenden Mischung aus Feuchtigkeit und Luftverschmutzung. Marseille erstickte, und das machte Durst. So war ich, statt den direkten Weg über den alten Hafen und die Corniche zu nehmen, der kürzeste zu mir nach Hause in Legault in die schmale Rue Curiole am Ende der Cannebiere eingebogen. Die Bar de Maréchee lag ganz oben, nur wenige Schritte von der Place Jean Jouresse entfernt. Bei Hassan fühlte ich mich wohl. Die Stammgäste verkehrten unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder gesellschaftlicher Stellung miteinander. Dort war man unter Freunden. Wer hier seinen Pastis trank, da konnte man sicher sein, wählte nicht Front National und hatte es nie getan. Kein einziges Mal in seinem Leben, wie manch anderer, den ich kannte. Hier in dieser Bar wußte jeder sehr genau, warum er nach Marseille und nirgendwo anders hingehörte und warum er in Marseille lebte und nirgendwo sonst. In den Anisschwaden lag eine Vertrautheit, die schon in einem Blickwechsel Antwort fand. Das Exil unserer Väter. Und es war beruhigend. Wir hatten nichts zu verlieren, weil wir schon alles verloren hatten. Als ich hereinkam, sang Ferré, ich spüre Züge kommen, beladen mit Brownings, Berettas und schwarzen Blumen und Blumenhändler bereiten Blutbäder für die Nachrichten in Farbe. Ich hatte einen Pastis an der Theke genommen, dann hatte Hassan nachgeschenkt, wie üblich. Ich zählte sie sowieso nicht, die Gläser. Irgendwann, vielleicht beim Vierten, hatte Hassan sich zu mir geneigt. Findest du nicht, dass die Arbeiterklasse im Arsch ist? Genau genommen war das keine Frage, eher eine Feststellung, eine klare Aussage. Hassan war nicht von der geschwätzigen Art, aber von Zeit zu Zeit warf er seinem Gegenüber gern einen kurzen Satz hin, etwas zum Nachdenken. Was soll ich dazu sagen? hatte ich geantwortet. Nichts. Es gibt nichts zu sagen. Alles geht seinen Gang. So ist das. Na, trink schon aus. Allmählich füllte sich die Bar, die Temperatur stieg noch ein paar Grad. Aber draußen, wo manche ein paar Gläschen zwitscherten, war es kein Deut besser. Die Nacht hatte nicht die geringste Abkühlung gebracht. Die Haut... Die Haut... Die Haut... Die Haut... ... Vielen Dank.